Herzlich Willkommen bei der Kalex Figuren GmbH. Wir entführen Sie in das Reich der Fantasie. Sie suchen einen Gag für eine Party, eine Dekoration für Ihre Wohnung oder sonst etwas Ausgefallenes? Wir haben es! Von der Wurstguillotine über Drachen und Piraten, ob Esel, Ziegen, Hühner, Kühe, Schafe oder ein lebensgroßes Krokodil für den Gartenteich. Alle warten Sie auf Ihren Besuch. Romantiker finden bei uns Engel oder Liebespärchen, Oma und Opa auf der Gartenbank, die Tänzerin für die Junggesellenbude, unseren Gartenzwergeverein. Wir haben für jeden etwas! In unserer Redwood-Abteilung zeigen wir exklusive Salortische und Ziergegenstände aus echtem kalifornischen Rotholz. Mit handgearbeiteten Lampen aus Holz und Seeigeln und modernen Beleuchtungskörpern bieten wir Ihnen besondere Möglichkeiten von Licht und Wohlfühlen. Wir sind für Sie da!